Er ist eine Größe hinter großen architektonischen Prachtbauten. Neben dem in Ulm stehenden höchsten Kirchturm der Welt baute er den Wiener Stephansdom oder den Kölner Dom sowie unter anderem die Kathedrale Paris Notre Dame. Diplom-Ingenieur Michael Seeberger baut aus Leidenschaft mit Streichhölzer. Geduldig, akribisch und mit einem irrsinnigen Fingerspitzengefühl bastelt er damit Monumente im Kleinformat. Michael Seeberger spricht mit mir über den Wandel der Geduld, über die Kunst der Monumente und das Holz, welches ihn entflammt, das Streichholz, sowie über seine Philosophie zum Sinn des Lebens. Ja, ein herzliches Willkommen dem Diplom-Ingenieur Michael Seeberger. Ich war erst vor 14 Tagen jetzt bei dem Marc Pircher, ich weiß nicht, ob ich den kenne. Ah, Pircher, na klar. Genau, ja. Na klar. Der ist deswegen so interessant, weil er nicht nur ein Musiker ist, sondern auch sein Management selber macht. Das hat man sehr, sehr selten bis nie. Ja, und jetzt habe ich das erste Mal, wenn der sich halt so mit Miniaturbauten beschäftigt. War diese Historik für Sie immer schon interessant? Na ja, auf jeden Fall, ich finde, obwohl ich meine, die Teilkind, die nicht so groß sind, aber wenn man sich irgendwie beschäftigt, dann stößt man automatisch auch auf die historische Bedeutung. Sie sind 1950 geboren. Ja, genau. Wie verlief Ihre berufliche Laufbahn und wie sind Sie zu diesem seltsamen Hobby gekommen? Na, die berufliche Laufbahn ist relativ einfach. Ich habe das Glück gehabt, mit wenigen Firmen rauszukommen. Die Pensionsversicherung hat auch eine Freude gehabt. Na, begonnen habe ich im Baukerwerk, da sind wir in Grazbauker, in Floridsdorf, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das war zwar sehr interessant, das waren die ersten Anfänge der EDV überhaupt. Da hat es noch keine PC gegeben, sondern da hat man noch relativ einfache Berechnungen zum Großrechnern auf Frankfurt schicken müssen. Ich habe mich aber nach drei Jahren dann trotzdem verabschiedet, weil abzusehen war, dass die Firma zugespielt hat. Dann habe ich versucht, ein paar Monate auf der Technischen Universität in Wien Fuß zu fassen mit dem Ziel, die Habilitation zu erreichen. Aber der Professor hat mir komplett im Stichl gewusst und er hat mir nicht einmal ein Thema für ein Doktorat geschwägen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gewesen wäre, als wissenschaftlicher Beamter oder als Enzildozent, sie etablieren zu können. Deswegen bin ich nach kurzer Zeit dann zum TÜV, damals zum TÜV Wien, über das Siedel 1983. Und da war ich dann fast 30 Jahre im Außendienst tätig. Bei der Überprüfung von prüftpflichtigen Anlagen vor Ort in den Firmenbetrieben, Schwerpunkt, Kräne, Hebelzeuge, Tore, Förderanlagen, alles was nicht definiert ist als Aufzug oder als Druckgerät oder Dampfgesel, ist in unserem Bereich gefahren. Also sehr vielseitige Tätigkeit. Die haben es dann gemacht bis zur Pension? Bis zur Pension, ja. Aber das sind ja technische Dinge, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Wie sind Sie gekommen zu Ihrem Hobby? Mit dem Gymnasium in Wiener Neustadt auf einer Ausstellung über Gotik in Österreich. Und das hat mich also mächtig imponiert. Damals als Jugendlicher Spur gepackt. Als Spur gepackt. Na, weiß ich nicht, 15 Jahre, glaube ich, oder irgend so. Und da habe ich also meine Liebe zu dieser Architektur entdeckt. Und ich habe dann dementsprechend einmal auch den Stephansdom aufgesucht und innen und außen ein bisschen genauer begutachtet. Und das war mein erstes Werk unter Anfangszeiten. Das habe ich, weiß ich, mit 15, 16 Jahren, habe ich das gemacht schon. Das ist uralt. Ist schon einmal am Boden gegangen, weil das damalige Dienstmädchen beim Aufstaufen nicht aufpasst. Deswegen ist es noch heute schon da, als es vielleicht ursprünglich war. Also das steht schon über Jahrzehnte. Das steht Jahrzehnte. Das sieht man ja an der Party. Und wie Sie damals zum ersten Mal sich mit den Gedanken beschäftigt haben und in diesen Stephansdom gewandert sind, haben Sie das einfach nur mit den Augen registriert oder war da schon Zettel und Bleu dabei oder ein Fotoapparat? Natürlich einmal nur die Augen. Ich habe das auf mich einwirken lassen. Mir geht es, wenn ich schon so ein Bauwerkstädter habe, da bin ich einfach hin und her. Ich finde, das ist Bewunderung, Begeisterung, was mir auch so gefällt, diese Baumeister haben es verstanden, in diese Ziegeln oder Steine eine Seele einzuhauen. Das ist natürlich ein reiner Zweckbau, sondern da ist viel mehr dahinter und man spürt diesen Geist, der da drinnen steckt, diese Frömmigkeit und die Demut und so weiter. Das ist wirklich lebwesensvoll und das war faszinierend. Und gerade der Stephansdom ist ja sowieso ein ganz besonderes Bauwerk. Da können wir ein bisschen stolz sein. Er war auch jahrhundertelang der höchste Turm. Bis dann im 19. Jahrhundert, mit 137 Metern, bis dann im 19. Jahrhundert zuerst Köln fertiggestellt wurde, noch Regionalplänen, das für ein Glück auch als echtes gotisches Bauwerk. Und noch ein bisschen später dann Ulm. Und die haben dann ein paar Meter noch höher gebaut, mit einem kleinen Trick, in dem sie die Spitze des Turms im letzten Zipfel noch ein bisschen steiler gemacht haben, wie das ein paar Meter höher wie ein Wickehlen. Ein kleiner Schwindel, aber erlaubt. War damals schon ein bisschen ein Konkurrenzkampf zwischen den Bauherren. Aber im Prinzip auch noch Regionalplänen. Nur der einzige Schwindel wird, dass halt 3, 4 Meter so auf die Uhr dazu geschwindelt haben. Wie kann man sich das dann vorstellen, dann haben sie sich das auch angeschaut, in weiterer Folge sind sie dann heimgegangen und haben einmal drüber geschlafen, oder was war dann schon der Wunschgedanke, oder der Vater des Gedankens, war der da schon bei der Heimreise? Nein, so schnell ist es nicht gegangen. Wir haben ja noch aus Familienbesitz eine Menge alte Bücher, auch kunstgeschichtliche Bücher, und da habe ich natürlich einmal gebetet mit schönen Anbildungen, und Beschreibungen, und Grundrissen, und Maßen, und alles mögliche. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, im Zeitraum des Internets kann man sich da auch viel leichter und bequemer rausholen, als früher. Und früher haben sie dann halt in Büchern gelesen? Ja, in Büchern gelesen, und was mir gefällt hat, fotografiert und so weiter, und dann habe ich versucht, eine zwischenfallsgerechte Zeichnung einmal anzufertigen, die aber echten Eindruck vermittelt. Das soll so ausschauen, wie wenn man in Hubschau, wenn man die Kirche drüber fliegt, soll das eine ähnliche Struktur und so weiter haben, wie in Wirklichkeit. Das war das Ziel. Da muss man natürlich ein bisschen ändern, man kann nicht alles eins zu eins übernehmen, da muss man vereinfachen und drickseln, dass das gelingt. Das ist einmal der erste Schritt, dass man Zeichnung an und fertig, dann Grundriss, Seitenansicht, Vorderansicht, Hinteransicht. Wie lange arbeiten schon die Zeichnungen? Bleiben wir beim Stephansdom, weil er heute das älteste Bauwerk ist, was Sie damals angefangen haben? Das kann ich fast nicht mehr, aber da sind Tage nichts natürlich, da steckt schon viel dahinter. Und der zweite Schritt dann, jetzt hat man die Zeichnungen, jetzt hat man die Zeichnungen, dann habe ich schon diese Zündhaltsstruktur, normalerweise ist das einigermaßen 2 x 2 mm im Quadrat, das habe ich schon berücksichtigt in die Zeichnungen. Weil Sie zum ersten Mal jetzt den Zündholzer ansprechen. Warum sind es gerade die Zündhölzer? Das hat es irgendwie angeboten, bei diesen hochstrebenden Seilen und Vorspringen und so weiter, das ist Zündhalts eigentlich prädestiniert dafür. Ja, richtig. Und dann kommt halt die Bastlerei selber, die Schnitzerei. Gehen wir nochmal zurück zu diesem, was Sie zuerst gesagt haben, halbwegs Maßstabgetreu. In welchem Maßstab ist das gebaut? Das ist 1 zu 1.000, um das jetzt kein Blödsinn zu sagen. Also 137 mm sind 137 m, naja 1 zu 1.000. Ja stimmt schon. Weil der wird so ein Augenmaß, so 13 cm haben. Ja, ja, das hat auch, vielleicht hat er 1,5 mm oder 1 mm, ist aus Bastelgründen oft gar nicht so genau zum Eichholten. Und das ist auch nicht wichtig, kein Mensch wird nachmessen. Das ändert auch den gesamten Eindruck überhaupt. Sind Skizzen und Notizen oder Grundrisse entscheidend für das, auf was man sich dann einlässt? Ja, natürlich. Das geht ja als Vorlage, da lege ich dann den Zündhölzer oder auch den Zahnstocher oder das Laps, Säge, Holz, was rausfällt, das Schnee und so weiter als Vorlage. Das lege ich da und tue dann die Rippe um, einschneiden. Aber da sind Sie dann schon dabei. Also es kann nicht passieren, dass aufgrund des Grundrisses man dann draufkommt, auf was lasse ich mich da jetzt eigentlich ein? Lasse ich das lieber oder ist das genau das, was ich mir auch vorstellen kann, dass das funktionieren könnte in weiterer Falle? Ich habe schon mal einen Fall gegeben, wo Sie gesagt haben, nein, das mache ich jetzt nicht. Jetzt habe ich einen Grundriss vorgelegt und das ist … Ja, das was immer wieder ist, dass die Geduld dann verlässt und dass man zwischendurch sagt, nein, es brauche eine Pause, das ist eine Tätigkeit, wo man sehr konzentriert sein muss und wo auch die Beweglichkeit, wie nennt man das, die Genauigkeit der Bewegung und die … Motorräder. Motorräder, genau. Dass es mit zunehmendem Alter natürlich auch nachlöst. Dass es schwieriger ist, dass das Gehirn das nicht mehr so genau übertragen kann. Das heißt, es ist dann auch eine Geduldsprobe. Eine Geduldsprobe. Und natürlich, es kann sein, dass irgendeine Figur eine Bäume schnitzen muss, weil es einfach dazwischen zerbricht oder abbricht oder zerspritert. Das kann dann natürlich auch sein. Aber ich habe auch keinen Zeitdruck gemacht. Eine Zeit lang und dann lasse ich es wieder bleiben. Deswegen kann ich auch die Stunden schwer schätzen. Das sind sicher maßen oft Stunden, aber um Mitte zu brechen. Also ich kann unmöglich jetzt mich hinsetzen eine Woche und würde das machen. Das wäre zu anstrengend. Auch für die Augen. Die lasse ich auch noch. Das hilft nicht. Und mein Daumen dieser Stephansdom, wie viele Stunden hängen da drin? So in etwa. Das sind wahrscheinlich hunderte. Hunderte. Sicher. Und das geduldige Kleben und auf das Worten, bis das der Kleber heute zählt. Das penible Zusammenfügen von winzigen Hölzern, die vielleicht am Ende doch nicht halten. Was passiert mit Ihnen in solchen Momenten, wenn Aufgebautes zusammenstürzt? Na ja, natürlich stört es mich auch. Es fallen auch manchmal Worte des Fluchens. Verständlich. Das sage ich auch. Aber ein Traum ist es nicht. Und umso älter, was Sie werden, haben Sie ja gesagt, umso schwieriger wird es natürlich. Da strengt es einfach mehr an. Hat sich die Geduld mit dem Alter gehalten? Ist man geduldiger geworden? Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Das liegt auch in der Natur der Sache. Das ist ein normaler Urteilungsprozess. Da haben Sie mir ein paar erzählt, bis das auch merken, dass man nervlich nicht mehr so belastbar ist. Das ist ganz logisch. Und wie sind die Reaktionen, wenn Sie jemandem von Ihrem außergewöhnlichen Hobby erzählen? Wie regen die Leute drauf? Na ja, da werden Sie es sehen und so. Schön, wunderbar. Aber insgeheim werden Sie sich wahrscheinlich denken, Spinnen. Ist auch im Prinzip eine Spinnerei. Aber gut, ganz so auch nicht, wie es gibt ja auch Profi, Modellbauer. Das Streben nach Detailtreue, die den Betrachter Ihrer Streichholzkathedrale staunen lässt. Inwieweit berührt das dann Sie? Ja. Also wenn da jetzt wer kommt zu Gast bei Ihnen und man sieht, das ist zum ersten Mal da, so wie es mir gegangen ist. Die ganzen Objekte stehen ja über dem Klavier. Und das Klavierstimmer, wie ich bei Ihnen war, habe ich das gesagt. Und das hat mich fasziniert. Und am Anfang habe ich gedacht, das haben Sie sich irgendwo gekauft. Ja und man nimmt sich sowas mit. So was kriegt man nicht zum Kaufen. Überhaupt nicht. Das ist nicht käuflich. Weil die Andenken, die man kriegt, die sind natürlich ungenau und beweitend. Das ist sehr voll gesoffen von der Qualität. Ich glaube dann, das wäre, wenn Sie sagen, das ist sowieso ein Brot. Ja. Schon. Welche Werkzeuge verwenden Sie für die Bearbeitung dieser Streichhölzer? Na ja, ein Ständle-Messer, eine Pezette, dann habe ich so eine gekerbte Feder, wo man Rillen in das Zinsholz rein, linksrillen oder auch querrillen reinschneiden kann. Geben natürlich einen normalen Bastel, Geben uhr hart. Holt wunderbar. Also es wird kein Holzschreiben. Bitte? Lupe. Lupe. Laubsäge oder normale Holzsäge zur Feinde halt. Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen den Zündhölzern? Ja. Die waren früher viel besser. Ja, man verwendet natürlich nicht den kostbarsten Baum für Zündhölzer. Das ist im Prinzip ein Opferprodukt. Und die Qualität war in früheren Jahrzehnten sicher besser. Weil stärker? Ja, sie sind nicht so leicht zersplittert. Sie waren kompakter in der Konsistenz. Und da nicht so verbogen. Aber das ist klar, dass man viel zünder hat. Das ist kein besonders exaktes, genaues Produkt. Muss auch normal nicht sein natürlich. Ja, wie noch zweckentfremdet. Ja, richtig. Und verlaufen solche, wenn Sie jetzt mit so Feinheiten an Werkzeugen arbeiten, wo geschnitzt werden muss, auf kleinsten Flächen verlauft es immer unblutig? Rutschen Sie einmal anzuschneiden? Nein. Nein, nein. Das ist mir eigentlich nicht. Obwohl ich nicht immer der Oleg geschickteste bin. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass mir das eh passieren würde. Ich mache es auch immer so weg von den Fingern und so. Das ist klar. Wie viele Streichhölzer sind im Laufe dieser Bauten draufgegangen? Nein. Man kann im Prinzip vielleicht jedes fünfte oder zehnte unter Umständen behagliche stellen. Das sind Holz brauchen. Aha. Da ist der Ausschuss natürlich enorm. Also das sind viele hundert Schottel. Okay. Das heißt, jedes Streichholz funktioniert nicht? Richtig, genau. Jeder Streichholz funktioniert nicht? Richtig, genau. Manchmal von früheren Sicht ist es splittert oder verbogen. Ich nehme es ja gleich nicht. Aber oft schaut es ganz gut aus. Und dann komme ich darauf, dass während dem Schneid dann aufsplittert oder anbricht. Dann nehmen wir uns das nächste und das kann vier, fünf Mal passieren. Das kann passieren, ja. Auch das ist eine Geduldskunde. Ja, das wollte ich gerade sagen. Interessant. Ja, ich meine, das ist keine Präzisionswahl. Das ist ganz klar. Weil die Gartin so liebevoll jedes Mal Unterlagen bereitstellt und herbringt. Wie reagiert Ihre Frau, wenn sie wieder mit einem Marmutprojekt auf hochgelassen. Mäßig begeistert. Weil da bin ich natürlich dementsprechend wenig anspruchsvoller. Sicher, weil ich da verdieft bin, vergehend oft Stunden. Und da bin ich wirklich verdieft. Da bin ich eigener Welt. So ähnlich wie früher auch beim Gehirn spielen. Aber leider habe ich jetzt dann überhaupt nicht gespielt. Ausschlaggebend war nämlich das. Radfahrerunfall. Wo ich ein Bild verloren habe. War das ein Arbeitsunfall. Beim Bauen mit Zündhölzer. Gängen da die Finger nicht an, oder? Nein, nein. Eigentlich gar nicht. Obwohl das lauter so kleine... Nein, nein. Daumen, Zeigefinger sind im Prinzip die wichtigsten Finger, die man braucht. Welches Monument stellt die nächster Zeit bevor? Haben Sie Gedanken, haben Sie Pläne? Das ist aber, wann es verwirkelt, weiß ich nicht. Da haben wir erst die Skinsen einmal gemacht. Das ist aus dem Heißbrett schon. Ja, das ist natürlich praktisch zum Zeichnen. Das ist in München. Das sind halt so die Unterlagen, die ich aus dem Internet gekauft habe. Das Einzige, was ich gewusst habe, was ich gefunden habe, über die Maße, war, dass die Türme so praktisch 100 Meter hoch sind. Und von dem habe ich dann alles andere abgeleitet. Alle anderen Maße abgeleitet. Da habe ich mir aus der Höhe die Breiten und alles Mögliche und dann umgelegt auf den Gartenwesen. Und das sind so die Unterlagen, die ich mir aus dem Computer getrunken habe. Es ist auf keinen Foto alles rum. Jetzt muss man sozusagen die Details aussuchen. Und verschiedene Bilder und so weiter. Sie haben mir sehr viel erzählt über diese Geschichten, wie Sie dazu gekommen sind, was Sie so faszinierend finden, wie es mit der Geduld ausschaut, wie es mit der Methodik ausschaut, mit der Mechanik, dass man solche Sachen überhaupt machen kann. und auch sehr viel von Ihrem beruflichen Leben erzählt im Vorfeld. Es ist sehr viel Erfahrungsreichtum da dahinter. Das, was Sie mitbringen. Und die letzte Frage von jedem Gespräch bitte ich meinem Gesprächspartner, diesen von mir angefangenen Satz weiter zu denken, so wie er ihn fühlt, so wie er den gespürt. Und der Satz lautet, der Sinn des Lebens ist es? Oh eh, doch gibt es. Also einen objektiven Sinn gibt es. Nur insofern, dass man sagt, man will seine Gene weitergeben, man will sich fortfahren. Und das ist glaube ich der objektive Sinn, der unverrückbar ist. Und sonst macht auch jeder Mensch für sich selber den Sinn des Lebens. Für Sie persönlich? Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine philosophische Frage, über die man stundenlang reden könnte. Ja, das Beste aus seinen Möglichkeiten mit mir hervorholen. Ich will es mich nicht unsterblich machen, das ist ein Blitz. Aber wenn wir am Ende des Lebens vielleicht einen Eindruck haben, ich habe irgendwas geschaffen, was geleistet, das ist für mich wahrscheinlich das Wichtigste. Aber auch letztlich das, was Sie da erzeugen, was Sie da mit Ihren eigenen Händen bauen, so in kleinen Miniaturen, das ist was, was ganz, ganz seltenes. Und ich denke auch, all jene, die das einmal mitnehmen, wenn Sie nicht lieber sind, die wissen das wahrscheinlich dann umso mehr zu schätzen, wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinander setzt. Wenn man sich auseinander setzt. Also rein oberflächlich sagt man, naja, schaut ganz gut aus und so. Ich weiß gar nicht, was man hat. Das Motiv ist einfach die Faszination und die Begeisterung. Ich versuche, je mehr man sich beschäftigt, desto mehr kommt man darauf, was da dahinter ist. Was da für Leistungen dahinter stecken, was für ein Geist, was für ein Können. Das versuche ich irgendwie umzusetzen, zu verarbeiten. Das ist in der Musik auch nicht anders. Wenn man sich ein Musikstück anhört, ist das nicht das gleiche, wie wenn man es versucht hat, sich einzuüben. Das ist für mich ein ganz intensiver Zugang zu diesen Wunderwerken, die früher geschaffen wurden. Danke für die Zeit. Ganz gern geschenkt. Keine Frage. Ich glaube, der Kaffee kriege ich. Ja, trinken Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Ich trinke fast nie einen Kaffee. Oder ein Kaffee? Nein, ich habe mein Glas Wasser. Verleitungswasser. Danke. Bescheid an den Gast. Ganz ein Bescheid an den Gast. Sie waren so nett und haben uns immer ein paar Suchtensilien gebracht. Können Sie mir noch ein paar Zünder bringen? Und diese... Zum Geburtstag hat er ein riesen Paket Zünder geschenkt gekriegt, vor ein paar Jahren schon. Manche werden da fragen. Manche werden da ein größeres Fest gemacht, was er für ein Opel ist. Da habe ich auch gesagt, tut er. Und da haben sie ihm Zünder geschenkt. Da ist ja oben eh alles voll. Das heißt, wenn man ihnen eine Freude machen will, schenkt man ihnen Zünder, Zünder, Zahnstoffe. Also wir sind jetzt ganz froh, wenn es so wieder uns geschenkt wäre, dann wäre es so ein Backel. Zahnstoffe. Böppig. Sägeid. Und da cuarto Bombs 911 für eine Einwär um deuxf fuerte Beirat.